Präambel des österreichischen Staatsvertrages 1955 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im Februar 2011 Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich Präambel Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich, in der Folge die Alliierten und Assoziierten Mächte genannt, einerseits und Österreich andererseits. Im Hinblick darauf, dass Hitler-Deutschland am 13. März 1938 Österreich mit Gewalt annektierte und sein Gebiet dem Deutschen Reich einverleibte Im Hinblick darauf, dass in der Moskauer Erklärung verlautbart am 1. November 1943 die Regierung der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten von Amerika erklärten, dass sie die Annexion Österreichs durch Deutschland am 13. März 1938 als null und nichtig betrachten und ihrem Wunsche Ausdruck gaben, Österreich als einen freien und unabhängigen Staat wiederhergestellt zu sehen und dass das französische Komitee der nationalen Befreiung am 16. November 1943 eine ähnliche Erklärung abgab, im Hinblick darauf, dass als ein Ergebnis des alliierten Sieges Österreich von der Gewaltherrschaft Hitler-Deutschlands befreit wurde. Im Hinblick darauf, dass die Alliierten und Assoziierten Mächte und Österreich unter Berücksichtigung der Bedeutung der Anstrengungen, die das österreichische Volk zur Wiederherstellung und zum demokratischen Wiederaufbau seines Landes selbst machte und weiterzumachen haben wird, den Wunsch hegen, einen Vertrag abzuschließen, der Österreich als einen freien, unabhängigen und demokratischen Staat wiederherstellt, wodurch sie zur Wiederaufrichtung des Friedens in Europa beitragen. Im Hinblick darauf, dass die Alliierten und Assoziierten Mächte den Wunsch haben, durch den vorliegenden Vertrag in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit, alle Fragen zu regeln, die im Zusammenhang mit den oben erwähnten Ereignissen einschließlich der Annexion Österreichs durch Hitler-Deutschland und seiner Teilnahme am Kriege als integrierender Teil Deutschlands noch offen stehen, und im Hinblick darauf, dass die Alliierten und Assoziierten Mächte und Österreich zu diesem Zwecke den Wunsch hegen, den vorliegenden Vertrag abzuschließen, um als Grundlage freundschaftlicher Beziehungen zwischen ihnen zu dienen und um damit die Alliierten und Assoziierten Mächte in die Lage zu versetzen, die Bewerbung Österreichs um Zulassung zur Organisation der Vereinten Nationen zu unterstützen. Haben daher die unterfertigten Bevollmächtigten ernannt, welche nach Vorweisung ihrer Vollmachten, die in guter und gehöriger Form befunden worden, über die nachstehenden Bestimmungen übereingekommen sind. Ende der Präambel Teil 1 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von AWAI im Februar 2011. Teil 1 Politische und territoriale Bestimmungen Artikel 1 Wiederherstellung Österreichs als freier und unabhängiger Staat Die Alliierten und Assoziierten Mächte anerkennen, dass Österreich als ein souveräner, unabhängiger und demokratischer Staat wiederhergestellt ist. Artikel 2 Wahrung der Unabhängigkeit Österreichs Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären, dass sie die Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit Österreichs, wie sie gemäß dem vorliegenden Vertrag festgelegt sind, achten werden. Artikel 3 Anerkennung der Unabhängigkeit Österreichs durch Deutschland Die Alliierten und Assoziierten Mächte werden in den Deutschen Friedensvertrag Bestimmungen aufnehmen, welche die Anerkennung der Souveränität und Unabhängigkeit Österreichs durch Deutschland und den Verzicht Deutschlands auf alle territorialen und politischen Ansprüche in Bezug auf Österreich und österreichisches Staatsgebiet sichern. Artikel 4 Verbot des Anschlusses Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären, dass eine politische oder wirtschaftliche Vereinigung zwischen Österreich und Deutschland verboten ist. Österreich anerkennt voll und ganz seine Verantwortlichkeiten auf diesem Gebiete und wird keine wie immer geartete politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland eingehen. Artikel 5 Um einer solchen Vereinigung vorzubeugen, wird Österreich keinerlei Vereinbarung mit Deutschland treffen oder irgendeine Handlung setzen oder irgendwelche Maßnahmen treffen, die geeignet wären, unmittelbar oder mittelbar eine politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland zu fördern oder seine territoriale Unversehrtheit oder politische oder wirtschaftliche Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. Österreich verpflichtet sich ferner, innerhalb seines Gebietes jede Handlung zu verhindern, die geeignet wäre, eine solche Vereinigung mittelbar oder unmittelbar zu fördern und wird den Bestand, das Wiederaufleben und die Tätigkeit jeglicher Organisationen, welche die politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland zum Ziele haben, sowie großdeutsche Propaganda zugunsten der Vereinigung mit Deutschland verhindern. Artikel 5 Die Grenzen Österreichs sind jene, die am 1. Jänner 1938 bestanden haben. Artikel 6 Menschenrechte Paragraf 1 § 2 Österreich verpflichtet sich weiters dazu, dass die in Österreich geltenden Gesetze weder in ihrem Inhalt noch in ihrer Anwendung zwischen Personen österreichischer Staatsangehörigkeit aufgrund ihrer Rasse, ihres Geschlechtes, ihrer Sprache oder ihrer Religion, sei es in Bezug auf ihre Person, ihre Vermögenswerte, ihre geschäftlichen, beruflichen oder finanziellen Interessen, ihre Rechtsstellung, ihre politischen oder bürgerlichen Rechte, sei es auf irgendeinem anderen Gebiete, diskriminieren oder Diskriminierungen zur Folge haben werden. Artikel 7 Rechte der slowenischen und kroatischen Minderheiten Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroatischen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark genießen dieselben Rechte aufgrund gleicher Bedingungen wie alle anderen österreichischen Staatsangehörigen, einschließlich des Rechtes auf ihre eigenen Organisationen, Versammlungen und Presse in ihrer eigenen Sprache. Sie haben Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer oder kroatischer Sprache und auf eine verhältnismäßige Anzahl eigener Mittelschulen. In diesem Zusammenhang werden Schullehrpläne überprüft und eine Abteilung der Schulaufsichtsbehörde wird für slowenische und kroatische Schulen errichtet werden. In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung wird die slowenische oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen. In solchen Bezirken werden die Bezeichnungen und Aufschriften topografischer Natur sowohl in slowenischer oder kroatischer Sprache wie in Deutsch verfasst. § 4 Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroatischen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark nehmen an den kulturellen, Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen in diesen Gebieten aufgrund gleicher Bedingungen wie andere österreichische Staatsangehörige teil. § 5 Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf abzielen, der kroatischen oder slowenischen Bevölkerung ihre Eigenschaft und ihre Rechte als Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten. Artikel 8 Demokratische Einrichtungen Österreich wird eine demokratische, auf geheime Wahlen gegründete Regierung haben und verbürgt allen Staatsbürgern ein freies, gleiches und allgemeines Wahlrecht sowie das Recht, ohne Unterschied von Rasse, Geschlecht, Sprache, Religion oder politische Meinung zu einem öffentlichen Amte gewählt zu werden. Artikel 9 Auflösung narzisstischer Organisationen § 1 Österreich wird die bereits durch die Erlassung entsprechender und von der Alliierten Kommission für Österreich genehmigter Gesetze begonnenen Maßnahmen zur Auflösung der Nationalsozialistischen Partei und der ihr angegliederten und von ihr kontrollierten Organisationen einschließlich der politischen, militärischen und paramilitärischen auf österreichischem Gebiet vollenden. Österreich wird auch die Bemühungen fortsetzen, aus dem österreichischen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben alle Spuren des Narzissmus zu entfernen, um zu gewährleisten, dass die obgenannten Organisationen nicht in irgendeiner Form wieder ins Leben gerufen werden und um alle narzisstische oder militärische Tätigkeit und Propaganda in Österreich zu verhindern. § 2 Österreich verpflichtet sich, alle Organisationen faschistischen Charakters aufzulösen, die auf seinem Gebiet bestehen, und zwar sowohl politische, militärische und paramilitärische, als auch alle anderen Organisationen, welche eine irgendeiner der Vereinten Nationen feindliche Tätigkeit entfalten oder welche die Bevölkerung ihrer demokratischen Rechte zu berauben bestrebt sind. § 3 Österreich verpflichtet sich, unter der Androhung von Strafsanktionen, die umgehend in Übereinstimmung mit den österreichischen Rechtsvorschriften festzulegen sind, das Bestehen und die Tätigkeit der obgenannten Organisationen auf österreichischem Gebiete zu untersagen. Artikel 10 Besondere Bestimmung über die Gesetzgebung § 1 Österreich verpflichtet sich, die Grundsätze, die in den von der österreichischen Regierung und vom österreichischen Parlament seit dem 1. Mai 1945 angenommenen und von der Alliierten Kommission für Österreich genehmigten, auf die Liquidierung der Überreste des Naziregimes und auf die Wiederherstellung des demokratischen Systems abzielenden Gesetze und Verordnungen enthalten sind, aufrecht zu erhalten und ihre Durchführung fortzusetzen, die seit dem 1. Mai 1945 bereits getroffenen oder eingeleiteten gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen zu vollenden und die in den Artikeln 6, 8 und 9 des vorliegenden Vertrages festgelegten Grundsätze zu kodifizieren und in Kraft zu setzen und, soweit dies nicht schon geschehen ist, alle gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen, die zwischen dem 5. März 1933 und dem 30. April 1945 getroffen wurden und die in Widerspruch mit den in den Artikeln 6, 8 und 9 festgelegten Grundsätzen stehen, aufzuheben oder abzuändern. § 2. Österreich verpflichtet sich ferner, das Gesetz vom 3. April 1919 betreffend das Haus Habsburg-Lothringen aufrecht zu erhalten. Artikel 11. Anerkennung der Friedensverträge Ende von Teil 1 Teil 2 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Avaie im Februar 2011. Teil 2 Militärische und Luftfahrtbestimmungen Artikel 12 Verbot der Dienstleistung in den österreichischen Streitkräften für ehemalige Mitglieder narzisstischer Organisationen und Angehöriger bestimmter anderer Personenkreise Folgenden Personen ist es in keinem Falle erlaubt, in den österreichischen Streitkräften zu dienen. 1. Personen, die nicht die österreichische Staatsangehörigkeit besitzen 2. Österreichische Staatsangehörige, die zu irgendeiner Zeit vor dem 13. März 1938 deutsche Staatsangehörige waren 3. Österreichische Staatsangehörige, die in der Zeit vom 13. März 1938 bis zum 8. Mai 1945 in der deutschen Wehrmacht im Range eines obersten oder in einem höheren Range gedient haben 4. Österreichische Staatsangehörige, die in eine der folgenden Kategorien fallen, mit Ausnahme solcher Personen, die von den zuständigen Stellen gemäß dem österreichischen Recht entlastet worden sind 4. Personen, die zu irgendeiner Zeit der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP oder den SS, SA oder SD-Organisationen, der geheimen Staatspolizei, Gestapo oder dem Nationalsozialistischen Soldatenring oder der Nationalsozialistischen Offiziersvereinigung angehört haben b. Führer im Nationalsozialistischen Fliegerkorps, NSFK oder in dem Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps, NSKK, in einem Range nicht geringer als der eines Untersturmführers oder Gleichgestellten c. Funktionäre in einer der von der NSDAP kontrollierten oder ihr angegliederten Organisation in keinem niedrigeren Range als dem entsprechend einem Ortsgruppenleiter d. Verfasser von Druckwerken oder von Drehbüchern, die wegen ihres narzisstischen Charakters von den von der österreichischen Regierung bestellten zuständigen Kommissionen in die Kategorie Verbotener Werke eingereiht wurden e. Leiter industrieller, kommerzieller und finanzieller Unternehmungen, die aufgrund von offiziellen und authentischen Berichten von bestehenden industriellen, kommerziellen und finanziellen Vereinigungen, Gewerkschaften und Parteiorganisationen von den zuständigen Kommissionen als schuldig befunden wurden, an der Durchführung der Ziele der NSDAP oder einer der ihr angeschlossenen Organisationen aktiv mitgearbeitet, die Prinzipien des Nationalsozialismus unterstützt, nationalsozialistische Organisationen oder ihre Tätigkeit finanziert oder für sie Propaganda getrieben und damit den Interessen eines unabhängigen und demokratischen Österreich geschadet zu haben. Artikel 13 Verbot von Spezialwaffen § 1 Österreich soll weder besitzen noch herstellen noch zu Versuchszwecken verwenden a. Irgendeine Atomwaffe b. Irgendeine andere, schwerere Waffe, die jetzt oder in der Zukunft als Mittel für Massenvernichtung verwendbar gemacht werden kann und als solche durch das zuständige Organ der Vereinten Nationen bezeichnet worden ist c. Irgendeine Art von selbstgetriebenen oder gelenkten Geschossen, Torpedos sowie Apparaten, die für deren Abschuss und Kontrolle dienen d. Seeminen e. Torpedos, die bemannt werden können f. Unterseeboote oder andere Unterwasserfahrzeuge g. Motor-Torpedoboote h. Spezialisierte Typen von Angriffsfahrzeugen i. Geschütze mit einer Reichweite von mehr als 30 Kilometern j. Erstickende, ätzende oder giftige Stoffe oder biologische Substanzen in größeren Mengen oder anderen Typen als solchen, die für erlaubte zivile Zwecke benötigt werden oder irgendwelche Apparate, die geeignet sind, solche Stoffe oder Substanzen für kriegerische Zwecke herzustellen, zu schleudern oder zu verbreiten § 2 § 3 Die alliierten und assoziierten Mächte behalten sich das Recht vor, zu diesem Artikel verbote von irgendwelchen Waffen hinzuzufügen, die als ergebniswissenschaftlichen Fortschritts entwickelt werden könnten. Artikel 14 Verfügung über Kriegsmaterial alliierten und deutschen Ursprungs § 1 Alles Kriegsmaterial alliierten Ursprungs in Österreich wird der betreffenden alliierten oder assoziierten Macht gemäß den von dieser Macht gegebenen Weisungen zur Verfügung gestellt werden. Österreich verzichtet auf alle Rechte an dem oben erwähnten Kriegsmaterial. § 2 Innerhalb eines Jahres vom Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages soll Österreich für Militärzwecke unbrauchbar machen oder vernichten. Alles überschüssige Kriegsmaterial deutschen oder nicht alliierten Ursprungs, insoweit als sie sich auf modernes Kriegsmaterial beziehen. Alle deutschen und japanischen Zeichnungen, einschließlich vorhandener Werkszeichnungen, Muster und Experimentiermodelle und Pläne. Alles Kriegsmaterial, das durch Artikel 13 des vorliegenden Vertrages verboten ist. Alle spezialisierten Einrichtungen einschließlich Forschungs- und Produktionsausrüstung, die durch Artikel 13 verboten sind und nicht für eine erlaubte Forschung, Entwicklung oder Konstruktion umgeändert werden können. § 3 Österreich wird innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages den Regierungen der Sowjetunion, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs eine Liste von Kriegsmaterial und Einrichtungen übermitteln, die in § 2 aufgezählt sind. § 4 Österreich soll kein Kriegsmaterial deutscher Erzeugung oder deutschen Ursprungs oder Entwurfes öffentlich oder privat oder durch irgendwelche andere Mittel erwerben oder besitzen, mit der Ausnahme, dass die österreichische Regierung zur Aufstellung der österreichischen Streitkräfte beschränkte Mengen von Kriegsmaterial deutscher Erzeugung, deutschen Ursprunges oder Entwurfes, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich verblieben ist, verwenden kann. § 5 Eine Definition und Liste des Kriegsmaterials für die Zwecke des vorliegenden Vertrages sind in Annex 1 enthalten. Artikel 15 Verhinderung der deutschen Wiederaufrüstung § 1 Österreich arbeitet mit den Alliierten und Assoziierten Mächten voll zusammen, um zu gewährleisten, dass Deutschland nicht in der Lage ist, außerhalb des deutschen Territoriums Schritte für eine Wiederaufrüstung zu unternehmen. § 2 Österreich soll in der militärischen oder zivilen Luftfahrt oder bei Experimenten, Entwürfen, bei der Produktion oder Instandhaltung von Kriegsmaterial weder verwenden noch ausbilden. Personen, die deutsche Staatsangehörige sind oder zu irgendeiner Zeit vor dem 13. März 1938 deutsche Staatsangehörige waren. Oder österreichische Staatsangehörige, die von der Dienstleistung in den Streitkräften gemäß Artikel 12 ausgeschlossen sind. Oder Personen, die nicht österreichische Staatsangehörige sind. Artikel 16 Verbot betreffend Zivilflugzeuge deutscher und japanischer Bauart Österreich soll zivile Luftfahrzeuge deutscher oder japanischer Bauart oder solche Luftfahrzeuge, die eine größere Zahl von Teilen deutscher oder japanischer Herstellung oder Bauart enthalten, weder erwerben noch erzeugen. Artikel 17 Dauer der Beschränkungen Jede der militärischen und Luftfahrtsbestimmungen des vorliegenden Vertrages bleibt in Kraft, bis sie zur Gänze oder zum Teil durch ein Abkommen zwischen den Alliierten und Assoziierten Mächten und Österreich oder, nachdem Österreich Mitglied der Vereinten Nationen geworden ist, durch ein Abkommen zwischen dem Sicherheitsrat und Österreich abgeändert wird. Artikel 18 Kriegsgefangene Paragraf 1 Österreicher, die derzeit Kriegsgefangene sind, sollen sobald als möglich gemäß Regelungen, die zwischen den einzelnen Mächten, die solche Kriegsgefangene festhalten und Österreich zu vereinbaren sind, heimbefördert werden. Paragraf 2 Alle Kosten einschließlich der Unterhaltskosten, die sich aus dem Transport von Österreichern, die derzeit Kriegsgefangene sind, aus den in Betracht kommenden Sammelstellen, wie sie von der Regierung der betreffenden Alliierten oder Assoziierten Macht ausgewählt worden sind, bis zum Punkte ihres Eintrittes auf österreichischem Gebiet ergeben, werden von der österreichischen Regierung getragen werden. Artikel 19 Kriegsgräber und Denkmäler Paragraf 1 Österreich verpflichtet sich, die auf österreichischem Gebiet befindlichen Gräber von Soldaten, Kriegsgefangenen und zwangsweise nach Österreich gebrachten Staatsangehörigen der Alliierten Mächte und jener der anderen Vereinten Nationen, die sich mit Deutschland im Kriegszustand befanden, zu achten, zu schützen und zu erhalten. Dasgleichen die Gedenksteine und Embleme dieser Gräber sowie Denkmäler, die dem militärischen Ruhm der Armeen gewidmet sind, die auf österreichischem Staatsgebiet gegen Hitler-Deutschland gekämpft haben. Paragraf 2 Die österreichische Regierung wird jede Kommission, Delegation oder andere Organisation anerkennen, die von dem betreffenden Land ermächtigt ist, die in Paragraf 1 angeführten Gräber und Bauten zu identifizieren, zu registrieren, zu erhalten und zu regulieren. Sie wird die Arbeit solcher Organisationen erleichtern. Sie wird hinsichtlich der oben erwähnten Gräber und Bauten die für nötig befundenen Abkommen mit dem betreffenden Land oder mit jeder von ihm bevollmächtigten Kommission oder Delegation oder mit irgendeiner anderen Organisation abschließen. Sie erklärt desgleichen ihr Einverständnis, in Übereinstimmung mit angemessenen sanitären Vorsichtsmaßnahmen jede Erleichterung für die Exhumierung und Überführung der in den erwähnten Gräbern bestatteten Überreste in deren Heimatland zu gewähren, sei es auf Ansuchen der offiziellen Organisationen des betreffenden Staates oder auf Ansuchen der Angehörigen der beerdigten Personen. Ende von Teil 2 Teil 3 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avaie im Februar 2011. Teil 3 Artikel 20 Zurückziehung der alliierten Streitkräfte § 1 Das Übereinkommen über den Kontrollapparat in Österreich vom 28. Juni 1946 verliert mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages seine Wirksamkeit. § 2 Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages hört die gemäß § 4 des Abkommens über Besatzungszonen in Österreich und die Verwaltung der Stadt Wien vom 9. Juli 1945 errichtete interalliierte Kommandantur auf, irgendwelche Funktionen hinsichtlich der Verwaltung der Stadt Wien auszuüben. Das Übereinkommen über die Besatzungszonen in Österreich tritt mit der Beendigung der Räumung Österreichs durch die Streitkräfte der alliierten und assoziierten Mächte gemäß § 3 dieses Artikels außer Kraft. § 3 Die Streitkräfte der alliierten und assoziierten Mächte und die Mitglieder der alliierten Kommission für Österreich werden innerhalb von 90 Tagen, angefangen vom Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages, soweit irgend möglich, spätestens bis zum 31. Dezember 1955 aus Österreich zurückgezogen. § 4 Die österreichische Regierung wird den Streitkräften der alliierten und assoziierten Mächte und den Mitgliedern der alliierten Kommission für Österreich bis zu ihrer Zurückziehung aus Österreich alle Rechte, Immunitäten und Begünstigungen gewähren, die ihnen unmittelbar vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages zustanden. § 5 Die alliierten und assoziierten Mächte verpflichten sich, der österreichischen Regierung nach Inkrafttreten dieses Vertrages und innerhalb der in § 3 dieses Artikels vorgesehenen Frist zurückzustellen. a Alles Geld, das den alliierten und assoziierten Mächten für Okkupationszwecke kostenlos zur Verfügung gestellt worden und im Zeitpunkt der Beendigung der Zurückziehung der alliierten Streitkräfte unverausgabt geblieben ist. b Alles österreichische Eigentum, das von alliierten Streitkräften oder von der alliierten Kommission requiriert wurde und sich noch in deren Besitz befindet. Die sich aus diesem Absatz ergebenden Verpflichtungen sind vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 1922 dieses Vertrages zu erfüllen. Ende von Teil 3 Teil 4 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Hawaii im Februar 2011. Teil 4 aus dem Krieg herrührende Ansprüche Artikel 21 Reparationen Von Österreich werden keine Reparationen verlangt, die sich aus dem Bestehen eines Kriegszustandes in Europa nach dem 1. September 1939 ergeben. Artikel 22 Deutsche Vermögenswerte in Österreich Die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich haben das Recht über alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte in Österreich gemäß dem Protokoll der Berliner Konferenz vom 2. August 1945 zu verfügen. § 1 Die Sowjetunion erhält für eine Geltungsdauer von 30 Jahren Konzessionen auf Ölfelder, die 60% der Ölförderung in Österreich im Jahre 1947 entsprechen, sowie Eigentumsrechte an allen Gebäuden, Konstruktionen, Ausrüstung und anderen Vermögenschaften, die gemäß Liste Nummer 1 und Karte Nummer 1, welche dem Vertrag angeschlossen ist, zu diesen Ölfeldern gehören. § 2 Die Sowjetunion erhält Konzession auf 60% aller im östlichen Österreich gelegenen Schurfgebiete, die deutsche Vermögenschaften sind, auf welche die Sowjetunion gemäß dem Potsdamer Abkommen Anspruch hat und welche derzeit in ihrem Besitz sind, gemäß der Liste Nummer 2 und der Karte Nummer 2, welche dem Vertrag angeschlossen ist. Die Sowjetunion hat das Recht, in den in diesem Paragraf erwähnten Schurfgebieten acht Jahre hindurch Schurfarbeiten durchzuführen und anschließend durch einen Zeitraum von 25 Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt des Fündigwerdens, Öl zu gewinnen. § 3 Die Sowjetunion erhält Ölraffinerien mit einer jährlichen Gesamtproduktion von 420.000 Tonnen Rohöl, gemäß Liste Nummer 3. § 4 Die Sowjetunion erhält jene mit der Verteilung von Ölprodukten befassten Unternehmungen, die sie zur Verfügung hat, gemäß der Liste Nummer 4. § 5 Die Sowjetunion erhält die in Ungarn, Rumänien und Bulgarien gelegenen Vermögenswerte der DDSG, desgleichen gemäß der Liste Nummer 5, 100% der im östlichen Österreich gelegenen Vermögenswerte der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. § 6 Die Sowjetunion überträgt an Österreich Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die sie als deutsche Vermögenswerte mit der vorhandenen Ausstattung innehat oder beansprucht, und überträgt auch Kriegsindustrieunternehmungen zusammen mit vorhandenen Ausstattungen, Häusern und ähnlichem Immobiliarvermögen, einschließlich von in Österreich gelegenen Grundstücken, die sie als Kriegsbeute innehat oder beansprucht, mit Ausnahme der in den § 1, 2, 3, 4 und 5 dieses Artikels erwähnten Vermögenswerte. Österreich verpflichtet sich seinerseits, der Sowjetunion 150 Millionen USA-Dollar in frei konvertierbarer Währung innerhalb eines Zeitraumes von sechs Jahren zu zahlen. Die angeführte Summe wird der Sowjetunion von Österreich in gleichen dreimonatlichen Raten von 6.250.000 Dollar in frei konvertierbarer Währung gezahlt werden. Die erste Zahlung wird am ersten Tag des zweiten Monats geleistet werden, der auf den Monat folgt, in dem der vorliegende Vertrag in Kraft tritt. Die folgenden dreimonatlichen Zahlungen werden am ersten Tag des entsprechenden Monates geleistet werden. Die letzte dreimonatliche Zahlung wird am letzten Tag des Zeitraumes von sechs Jahren nach dem Inkrafttreten des Vertrages geleistet. Die Grundlage für die in diesem Artikel vorgesehenen Zahlungen ist der USA-Dollar zu seiner Goldparität am 1. September 1949. Das sind 35 Dollar für eine Unze Gold. Als Sicherstellung für die pünktliche Zahlung der oben erwähnten, der Sowjetunion zustehenden Summen wird die österreichische Nationalbank der Staatsbank der UdSSR innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages Wechsel über die Gesamtsumme von 150 Millionen USA-Dollar ausstellen, die zu den im vorliegenden Artikel vorgesehenen Zeitpunkten fällig zu stellen sind. Die von Österreich auszustellenden Wechsel sind unverzinslich. Die Staatsbank der UdSSR beabsichtigt nicht, diese Wechsel weiter zu begeben, sofern die österreichische Regierung und die österreichische Nationalbank ihre Verpflichtungen pünktlich und genau erfüllen. § 7 Rechtsbestimmungen betreffend die Vermögenswerte Absatz a Alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte, die gemäß § 1, 2, 3, 4 und 5 dieses Artikels Eigentum der Sowjetunion geworden sind, bleiben grundsätzlich unter österreichischer Staatshoheit und dementsprechend finden die österreichischen Gesetze auf sie Anwendung. Absatz b Hinsichtlich Gebühren und Abgaben, Vorschriften für Handel, Gewerbe und Industrie und der Einhebung von Steuern unterliegen diese Vermögenswerte nicht weniger günstigen Bestimmungen als jenen, die auf Unternehmungen Anwendung finden oder Anwendung finden werden, die Österreich oder seinen Staatsangehörigen und auch anderen Staaten und Personen gehören, denen meist Begünstigungsbehandlung gewährt wird. Absatz c Alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte, die Eigentum der Sowjetunion geworden sind, sollen nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion enteignet werden. Absatz d Österreich wird hinsichtlich der Ausfuhr von Gewinnen und anderen Einkommen – das sind Miet- oder Pachtzinse – in Form von Produkten oder irgendeiner erhaltenen frei konvertierbaren Währung keine Schwierigkeiten bereiten. Absatz e Die der Sowjetunion übertragenen Rechte, Vermögenschaften und Interessen sowie die Rechte, Vermögenschaften und Interessen, welche die Sowjetunion Österreich überträgt, werden ohne Lasten oder Ansprüche seitens der Sowjetunion oder seitens Österreichs übertragen. Unter den Ausdrücken Lasten und Ansprüche sind nicht nur gläubige Ansprüche zu verstehen, die sich aus der Ausübung der alliierten Kontrolle über diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen nach dem 8. Mai 1945 ergeben, sondern auch alle anderen Ansprüche, einschließlich Ansprüchen hinsichtlich Steuern. Der gegenseitige Verzicht der Sowjetunion und Österreichs auf Lasten und Ansprüche bezieht sich auf alle Lasten und Ansprüche, die im Zeitpunkt bestehen, in dem Österreich die Rechte der Sowjetunion auf die ihr übertragenen deutschen Vermögenswerte formell einträgt und die im Zeitpunkt der tatsächlichen Übertragung der von der Sowjetunion überlassenen Vermögenswerte an Österreich bestehen. § 8. Die Übertragung aller in § 6 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Vermögenschaften, Rechte und Interessen auf Österreich sowie die formelle Eintragung der Rechte der Sowjetunion auf die zu übertragenden deutschen Vermögenswerte wird innerhalb von zwei Monaten vom Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages durchgeführt. § 9. Die Sowjetunion erhält desgleichen das Eigentum an den Vermögenschaften, Rechten und Interessen hinsichtlich aller Vermögenswerte, die zum Betrieb der in den nachstehenden Listen 1, 2, 3, 4 und 5 aufgezählten Vermögenschaften von sowjetischen Organisationen seit dem 8. Mai 1945 geschaffen oder käuflich erworben wurden, wo immer sie im östlichen Österreich gelegen sein mögen. Die in den Absätzen a, b, c und d des § 7 dieses Artikels angeführten Bestimmungen finden auf diese Vermögenswerte entsprechend Anwendung. § 10 Meinungsverschiedenheiten, die sich hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Artikels ergeben, sind im Wege von zweiseitigen Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien beizulegen. Im Falle, dass eine Einigung im Wege von zweiseitigen Verhandlungen zwischen den Regierungen der Sowjetunion und Österreichs innerhalb von drei Monaten nicht erreicht wird, werden Meinungsverschiedenheiten zwecks Beilegung einer Schiedskommission überwiesen, die aus einem Vertreter der Sowjetunion, einem Vertreter Österreichs und zusätzlich einem dritten Mitglied besteht, das Staatsangehöriger eines dritten Landes ist und aufgrund einer Einigung zwischen den beiden Regierungen ausgewählt wird. § 11 Das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich übertragen hiermit Österreich alle Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die von ihnen oder in ihrem Namen in Österreich als ehemalige deutsche Vermögenswerte oder Kriegsbeute inne gehabt oder beansprucht werden. Die Österreich gemäß diesem Paragrafen übertragenen Vermögenschaften, Rechte und Interessen gehen seitens des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika oder Frankreichs frei von allen Lasten oder Ansprüchen, die sich aus der Ausübung ihrer Kontrolle dieser Vermögenschaften, Rechte oder Interessen nach dem 8. Mai 1945 ergeben, auf Österreich über. § 12 § 12 § 13 Österreich verpflichtet sich, mit Ausnahme der erzieherischen, kulturellen, karitativen und religiösen Zwecken dienenden Vermögenschaften, keine der ihm als ehemalige deutsche Vermögenswerte übertragenen Vermögenschaften, Rechte und Interessen in das Eigentum deutscher juristischer Personen oder, sofern der Wert der Vermögenschaften, Rechte oder Interessen 260.000 Schillinge übersteigt, in das Eigentum deutscher physischer Personen zu übertragen. Österreich verpflichtet sich ferner, diejenigen in den Listen 1 und 2 dieses Artikels erwähnten Rechte und Vermögenschaften, welche von der Sowjetunion gemäß dem österreichisch-sovjetischen Memorandum vom 15. April 1955 an Österreich übertragen werden, nicht in ausländisches Eigentum zu übertragen. § 14 Die Vorschriften dieses Artikels unterliegen den Bestimmungen des Annexes 2 dieses Vertrages. Liste Nummer 1 Ölfelder im östlichen Österreich, an denen der Sowjetunion Konzessionen eingeräumt werden sollen. Nummer 1 Name des Ölfeldes Mühlberg Name der Gesellschaft Itak Nummer 2 Name des Ölfeldes St. Ulrich DEA Name der Gesellschaft DEA Nummer 3 St. Ulrich Niederdonau Name der Gesellschaft Niederdonau Nummer 4 Name des Ölfeldes Gösting Kreuzfeld Pionier 50% der Produktion Name der Gesellschaft EPG Bemerkung A Die gesamten Vermögenschaften der oben aufgezählten Ölfelder werden der Sowjetunion übertragen, einschließlich aller ergiebigen wie auch unergiebigen Bohrlöcher mit ihrer gesamten Obertags- und Untertagsausrüstung, dem Ölsammelsystem, Einrichtungen und Ausrüstung für Bohrungen, Kompressor und Pumpstationen, Mechanischen Werkstätten, Benzinanlagen, Dampfkesselanlagen, Elektrizitätswerke und Unterstationen mit Leitungssystem, den Bohrleitungen, Wasserversorgungsanlagen und Wasserleitungshauptrohren, elektrischem Leitungssystem, Dampfleitungen, Gas-Hauptleitungen, Werkstraßen in den Ölfeldern, Zufahrtsstraßen, Telefonleitungen, Feuerlösch-Ausrüstung, den Motorfahrzeugen und Traktorenparks, die zu den Ölfeldern gehörenden Dienst- und Wohnräume und andere Vermögenschaften, die mit der Ausbeutung der oben aufgezählten Ölfelder im Zusammenhang stehen. B. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der oben erwähnten Produktionsfelder werden der Sowjetunion in dem Ausmaß übertragen, in dem eine natürliche oder juristische Person, welche Eigentümer dieser Felder war, sie ausbeutete oder an ihrer Ausbeutung teilnahm, Rechte, Titel oder Interessen an den besagten Vermögenschaften besaß. In Fällen, in denen eine der Vermögenschaften gepachtet war, wird die in den Pachtverträgen vorgesehene Pachtdauer vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages anberechnet und die Pachtverträge können nicht ohne die Zustimmung der Sowjetunion beendet werden. Liste Nummer 2 Konzessionen auf Ölschurfgebiete im östlichen Österreich, die der Sowjetunion übertragen werden sollen Nummer 1 Name der Konzession Neusiedlersee Name der Gesellschaft Elverat Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 122.480 Hektar Nummer 2 Name der Konzession Leitergebirge Name der Gesellschaft Kohleölunion Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 52.700 Hektar Nummer 3 Name der Konzession Groß Enzersdorf Einschließlich des Adaklarfeldes Name der Gesellschaft Niederdonau Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 175.000 Hektar Nummer 4 Name der Konzession Haus Kirchen Einschließlich des Altlichtenwartfeldes Name der Gesellschaft Itak Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 4800 Hektar Nummer 5 Name der Konzession St. Ulrich Name der Gesellschaft DEA Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 740 Hektar Nummer 6 Name der Konzession Schrattenberg Name der Gesellschaft Kohleölunion Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 3940 Hektar Nummer 7 Name der Konzession Groß Krut Name der Gesellschaft Wintershall Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 8000 Hektar Nummer 8 Name der Konzession Mistelbach Name der Gesellschaft Preussack Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 6400 Hektar Nummer 9 Name der Konzession Pasdorf 50% des Gebiets Name der Gesellschaft EPG Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 3650 Hektar Nummer 10 Name der Konzession Steinberg Name der Gesellschaft Steinberg-Naftar Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 100 Hektar Nummer 11 Name der Konzession Hausbrunn Name der Gesellschaft DEA Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 350 Hektar Nummer 12 Name der Konzession Drasenhofen Gebiet auf österreichischem Staatsgebiet Name der Gesellschaft Kohleölunion Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 8060 Hektar Nummer 13 Name der Konzession Ameis Name der Gesellschaft Preussack Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 7080 Hektar Nummer 14 Name der Konzession 7 Hirten Name der Gesellschaft Elverath Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 5000 Hektar Nummer 15 Name der Konzession Leiß Name der Gesellschaft Itag Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 14800 Hektar Nummer 16 Name der Konzession Quarneuburg Name der Gesellschaft Ritz Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 30.000 Hektar Nummer 17 Name der Konzession Kloster Neuburg 50% des Gebiets Name der Gesellschaft EPG Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 7900 Hektar Nummer 18 Name der Konzession Oberlar Name der Gesellschaft Preussack Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 51.400 Hektar Nummer 19 Name der Konzession Enzersdorf Name der Gesellschaft Deutag Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 25.800 Hektar Nummer 20 Name der Konzession Ödenburger Pforte Name der Gesellschaft Kohleölunion Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 55.410 Hektar Nummer 21 Name der Konzession Tulln Name der Gesellschaft Donauöl Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 38.070 Hektar Nummer 22 Name der Konzession Kilb 50% des Gebiets Name der Gesellschaft EPG Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 18.220 Hektar Nummer 23 Name der Konzession Pullendorf Name der Gesellschaft Kohleölunion Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 60.700 Hektar Nummer 24 Name der Konzession Nordsteiermark 50% des Gebiets in der Sowjetzone Name der Gesellschaft EPG Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 55.650 Hektar Nummer 25 Name der Konzession Mittelsteiermark Gebiet in der Sowjetzone Name der Gesellschaft Wintershall Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 9840 Hektar Nummer 26 Name der Konzession Gösting 50% des Gebiets Name der Gesellschaft EPG Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 250 Hektar Totalsumme 26 Konzessionen Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 766.340 Hektar Bemerkung zur Liste Nummer 2 A. Die gesamten Vermögenschaften der oben angeführten Ölschurfgebiete werden der Sowjetunion übertragen B. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der oben angeführten Ölschurfgebiete werden der Sowjetunion in dem Ausmaß übertragen, in dem jede natürliche oder juristische Person, welche Eigentümerin dieser Ölschurfgebiete war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, an den besagten Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte. In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages angerechnet und die Pachtverträge können nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion beendet werden. Liste Nummer 3 Ölraffinerien im östlichen Österreich, deren Eigentumsrechte der Sowjetunion übertragen werden sollen Nummer 1 Name der Raffinerie Lobau Jahresproduktionskapazität im Jahre 1947 240.000 Tonnen Rohöl Nummer 2 Name der Raffinerie Nova Jahresproduktionskapazität im Jahre 1947 120.000 Tonnen Rohöl Nummer 3 Name der Raffinerie Korneuburg Jahresproduktionskapazität im Jahre 1947 60.000 Tonnen Rohöl Nummer 4 Name der Raffinerie Okeros Wiederveredelung Nummer 5 Name der Raffinerie Ölraffinerie Moos Bierbaum Ausschließlich der Ausrüstung, welche Frankreich gehört und der Rückstellung unterliegt Totalsumme der Jahresproduktionskapazität im Jahre 1947 420.000 Tonnen Rohöl 420.000 Tonnen Rohöl Bemerkung zur Liste Nummer 3 A Die Raffinerien werden mit ihren Vermögenschaften übertragen, einschließlich technologischer Anlagen, Elektrizitätswerke, Dampfkesselanlagen, mechanische Werkstätten, Ausrüstung für die Öldepots und Lageranlagen, Laderampen und Flussanlegeplätzen, Rohrleitungen einschließlich der Rohrleitung Lobau-Zistersdorf, Straßen, Zufahrtsstraßen, Dienst- und Wohnräumen, Feuerlöschausrüstung und so weiter B Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der oben angeführten Ölraffinerien werden der Sowjetunion in dem Ausmaß übertragen, in dem jede natürliche oder juristische Person, welche Eigentümerin dieser Ölraffinerien war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, an den besagten Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages angerechnet und die Pachtverträge können nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion beendet werden Liste Nummer 4 Unternehmungen im östlichen Österreich, die mit der Verteilung von Ölprodukten befasst sind und die in das Eigentum der Sowjetunion übertragen werden sollen Nummer 1 Name des Unternehmens Deutsche Gasolin AG Verteilungsstelle in Österreich GmbH Nummer 2 Name des Unternehmens AG der Kohlenwerkstoffsverbände Bochum Gruppe Benzin-Benzolverband Zweigstelle in Österreich einschließlich des ihr gehörenden Öllagers am Praterspitz Nummer 3 Name des Unternehmens Nova Mineralölvertrieb Gesellschaft MbH Nummer 4 Name des Unternehmens Donauöl GmbH Nummer 5 Name des Unternehmens NITAK mit Öllager am Praterspitz Nummer 6 Name des Unternehmens die mit der Gasverteilung beschäftigten Firmen Erdgas GmbH Ferngas AG Zaya Gas GmbH Rheintal Gas GmbH und BV Methan GmbH Nummer 7 Name des Unternehmens Öllager Praterspitz Winterhafen und Mauthausen Nummer 8 Name des Unternehmens Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft MbH VIFO Öllager in der Lobau und Grundstücke Nummer 9 Name des Unternehmens Rohrleitung Lobau Österreich Rautnitz Tschechoslowakei auf dem Abschnitt von der Lobau bis zur tschechoslowakischen Grenze Bemerkung zur Liste Nummer 4 A Die Unternehmungen werden der Sowjetunion vollständig mit ihren gesamten im östlichen Österreich gelegenen Vermögenschaften übertragen, einschließlich von Öllagern, Rohrleitungen, Verteilungspumpen, Lade- und Entladerampen, Flussanlegeplätzen, Straßen, Zufahrtsstraßen und so weiter Außerdem werden der Sowjetunion die Eigentumsrechte über den gesamten Park, der sich jetzt im Besitz sowjetischer Organisationen befindlichen Eisenbahnkesselwagen übertragen B Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der oben angeführten, im östlichen Österreich gelegenen Unternehmungen, die mit der Verteilung von Ölprodukten befasst sind, werden der Sowjetunion in dem Ausmaß übertragen, in dem jede natürliche oder juristische Person, welche Eigentümerin dieser Unternehmungen war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, an den besagten Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages angerechnet und die Pachtverträge können nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion beendet werden Liste Nummer 5 Vermögenswerte der DDSG im östlichen Österreich, die der Sowjetunion übertragen werden sollen 1. Schiffswerft in der Stadt Korneuburg Die Eigentumsrechte an der Schiffswerft in der Stadt Korneuburg, die auf dem linken Ufer der Donau bei Kilometer 1943 gelegen ist und auf beiden Seiten des alten Donaubettes Grundstücke umfasst mit einer Gesamtfläche von 220.770 Quadratmetern werden der Sowjetunion übertragen Die Keh-Anlage beträgt 61.300 Quadratmeter und die Ankerplatzanlage 177 Meter Weiters werden der Sowjetunion Pachtrechte auf Schiffswerftgebiet von 2946 Quadratmetern übertragen Die Eigentumsrechte und andere Rechte auf die gesamten Vermögenschaften der Schiffswerft bis zu dem Ausmaß, in dem die DDSG an den erwähnten Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte einschließlich aller Grundstücke, Gebäude, Werften und Hellinge, schwimmender Geräte, Werkstätten, Gebäude und Räume Kraftstationen und Transformatorunterstationen, Eisenbahnnebengeleise, Transportausrüstung, Technologischer und Betriebsausrüstung, Werkzeuge und Lagerbestände, Verkehrsanlagen und allergemeinnützigen Anlagen, Wohngebäude und Baracken sowie alles übrige Eigentum, das zur Schiffswerft gehört, werden der Sowjetunion übertragen 2. Gebiete des Hafens der Stadt Wien 1. Gebiet, Nordbahnbrücke Paragraf 1 Das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1931 347,35 entlang des Laufes der Donau bis Kilometerpunkt 1931 211,65 einschließlich des Donau-Sandwerkplatz-Gebietes und von Kilometerpunkt 1931 176,90 bis Kilometerpunkt 1930 439,35 entlang des Laufes der Donau einschließlich der Gebiete Nordbahnbrücke und Zwischenbrücke, die sich entlang der Kehseite auf eine Gesamtdistanz von 873,2 Meter und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 70 Meter erstrecken. b 2. Gebiet Nordbahnlände Paragraf 2 Das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1929 803,0 bis Kilometerpunkt 1929 618,0 entlang des Laufes der Donau, das sich entlang der Kehseite auf eine Distanz von 185 Meter und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 15 Meter erstreckt, mit den beiden anliegenden Eisenbahnen und auch dem Stück des Kommunalbädergebietes. c. Drittes Gebiet Prater-Keh Das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1928 858,90 bis Kilometerpunkt 1927 695,30 entlang des Laufes der Donau auf eine Distanz von 1163,60 Meter und einer durchschnittlichen Breite von etwa 70 Meter. d. Viertes Gebiet Das an Kilometerpunkt 1925 664,7 der Donau auf dem Gebiet des von der ungarischen Dampfschifffahrtgesellschaft benützten Hafengebietes angrenzende Hafengebiet bis Kilometerpunkt 1925 529,30 auf dem von der Eisenbahn Kehbahnhof verwendeten Gebiet, welches sich entlang der Kehseite auf eine Gesamtdistanz von 135,4 Meter und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 70 Meter erstreckt. Die vier aufgezählten Gebiete des Hafens werden mit den gesamten wasserbaulichen Konstruktionen Lagerhäusern, Magazinen, Schuppen, der Schiffsstation, dem technischen Dienst und den Wohnhäusern, Hilfsgebäuden und Hilfsanlagen, der mechanischen Lade- und Entladeausstattung und den mechanischen Einrichtungen, der Reparaturwerkstätten mit Ausrüstung, Transformatorunterstationen und der elektrischen Ausrüstung, den Verkehrsanlagen und gemeinnützigen Anlagen, den gesamten Straßen- und Transportanlagen und ebenso mit den gesamten Vermögenschaften und dem gesamten Lagerbestand übertragen. 3. Vermögenschaften und Anlagen der Agenzien, der Flussstationen und Lagerhäuser Nr. 1. Niederranna, Agenzi und Lagerhausgebäude Nr. 2. Obermühl, Agenzi und Lagerhausgebäude Nr. 3. Obermühl, Grundstück von 536 Quadratmetern Nr. 4. Neuhaus, Warteraum Nr. 5. Mauthausen, Agenzi-Gebäude Nr. 6. Walsee, Agenzi-Gebäude Nr. 7. Walsee, Lagerhaus Nr. 8. Grein, Agenzi- und Lagerhausgebäude Nr. 9. Sarmingstein, Agenzi-Gebäude Nr. 10. Ips, Agenzi-Gebäude Nr. 11. Pöchlahn, Wohnräume Nr. 12. Pöchlahn, Agenzi-Gebäude Nr. 13. Pöchlahn, Grundstück von 1598 Quadratmetern Nr. 14. Melk, Lagerhaus, in der Stadt Nr. 15. Melk, Warteraum und Büro Nr. 16. Melk, Lagerhaus Nr. 17. Schönbühl, Warteraum Nr. 18. Axbach-Dorf, Agenzi-Gebäude Nr. 19. Axbach-Dorf, Lagerhaus Nr. 20. Spitz, Agenzi-Gebäude Nr. 21. Spitz, Lagerhaus Nr. 22. Spitz, Grundstück von 1355 Quadratmetern Nr. 23. Weißenkirchen, Büro und Warteraum Nr. 24. Weißenkirchen, Lagerhaus Nr. 25. Weißenkirchen, Grundstück von 516 Quadratmetern Nr. 26. Dürnstein, Agenzi-Gebäude Nr. 27. Stein, Wohnstätten Nr. 28. Stein, Warteraum und Lagerhaus-Gebäude Nr. 29. Stein, Grundstück entlang dem Haus Nr. 30. Krems, Agenzi-Gebäude Nr. 31. Hollenburg, Warteraum Nr. 32. Tulln, Agenzi-Gebäude Nr. 33. Greifenstein, Schuppen Nr. 34. Korneuburg, Warteraum und Fahrkartenschaltergebäude Nr. 35. Heimburg, Wohnräume Nr. 36. Heimburg, Agenzi-Gebäude Nr. 37. Heimburg, Lagerhaus Nr. 38. Heimburg, Grundstück von 754 Quadratmetern Nr. 39. Arnsdorf, Agenzi-Gebäude Nr. 40. Landungsstelle Melkstrom Nr. 41. Landungsstelle Isperdorf Nr. 42. Landungsstelle Marbach Nr. 43. Landungsstelle Weiteneg Nr. 44. Landungsstelle Deutsch-Altenburg Nr. 45. Landungsstelle Zwentendorf Nr. 46. Landungsstelle Kritzendorf Die in Abschnitte 3 aufgezählten Vermögenschaften werden mit der gesamten Ausrüstung und dem gesamten Lagerbestand übertragen Nr. 4. Eigentum in der Stadt Wien Nr. 1. Wohnhaus Erzherzog Karlplatz 11 Früher Haus Nr. 6 Nr. 2. Bezirk, das auf seinem eigenen Grund steht Nr. 2. Eigentum an Grund und Gebäude Nr. 2. Bezirk Nr. 3. Eigentum an Baugrundstücken in der Welistraße Nr. 2. Bezirk, Katastralregister Nr. 1660 Nr. 1661 Nr. 1662 Nr. 1662 Nr. 2. Bezirk, das gepachtete Grundstück Handelskeh Nr. 286 Nr. 2. Bezirk Die erwähnten in Abschnitt 4 aufgezählten Vermögenschaften werden mit der gesamten Ausrüstung und dem gesamten Inventar übertragen Bemerkung zu den Abschnitten 2, 3 und 4 Der Grund, der von dem in Abschnitt 2 der vorliegenden Liste erwähnten Hafengebiet und ebenso von den in Abschnitt 3 und 4 der vorliegenden Liste aufgezählten Agenziegebäuden, Stromstationen, Lagerhäusern und anderen Gebäuden eingenommen wird und alle in den Abschnitten 2, 3 und 4 angeführten Vermögenschaften sind der Sowjetunion unter denselben gesetzlichen Bedingungen zu übertragen, unter denen die DDSG diesen Grund und die anderen Vermögenschaften innegehabt hat mit der Maßgabe, dass am 8. Mai 1945 im Eigentum der DDSG gestandener Grund in das Eigentum der UdSSR übergeht In Fällen, in denen Vereinbarungen, die die gesetzliche Grundlage für die Übertragung von Gründen an die DDSG herstellten, nicht die Übertragung der Eigentumsrechte an diesen Gründen an die DDSG vorsahen, wird die österreichische Regierung verpflichtet, die Übertragung der von der DDSG durch solche Vereinbarungen erworbenen Rechte an die UdSSR zu verbüchern und die Gültigkeit dieser Vereinbarungen für eine unbestimmte Zeitdauer unter dem Vorbehalt zu verlängern, dass in der Zukunft die Gültigkeit solcher Vereinbarungen nicht ohne die Zustimmung der Regierung der UdSSR widerrufen wird Das Ausmaß der Verpflichtungen der Sowjetunion hinsichtlich dieser Vereinbarungen ist durch ein Abkommen zwischen der Regierung der UdSSR und der österreichischen Regierung festzusetzen Diese Verpflichtungen sollen nicht die Verpflichtungen überschreiten, die von der DDSG in Übereinstimmung mit den vor dem 8. Mai 1945 abgeschlossenen Vereinbarungen eingegangen worden waren 5. Im östlichen Österreich gelegene und der DDSG gehörige Schiffe, die der UdSSR zu übertragen sind Nummer 1 Schiffstype Schlepper Gegenwärtiger Name Wladiwostok Früherer Name Persenbeug Leistung 1000 PS Nummer 2 Schiffstype Schlepper Gegenwärtiger Name Kronstadt Früherer Name Bremen Leistung 800 PS Nummer 3 Schiffstype Passagierdampfer Gegenwärtiger Name Kaukasus Früherer Name Helios Leistung 1100 PS Nummer 4 Schiffstype Tankkahn Gegenwärtiger Name 104 Früherer Name DDSG 09714 Ladefähigkeit 967 Nummer 5 Schiffstype Tankkahn Gegenwärtiger Name 144 Früherer Name DDSG 09756 Ladefähigkeit 974 Nummer 6 Schiffstype Tankkahn Gegenwärtiger Name 161 Früherer Name DDSG 05602 Ladefähigkeit 548 Nummer 7 Schiffstype Tankkahn Gegenwärtiger Name 09765 Früherer Name DDSG 09765 Ladefähigkeit 952 Nummer 8 Schiffstype Tankkahn Gegenwärtiger Name 29 Gegenwärtiger Name DDSG 29 Ladefähigkeit 1030 Nummer 9 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 22 Früherer Name wird nach Vollendung übernommen Ladefähigkeit 972 Nummer 10 Schiffstype Gegenwärtiger Name 23 Früherer Name wird nach Vollendung übernommen Ladefähigkeit 972 Nummer 11 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name EL 72 Früherer Name DDSG EL 72 Ladefähigkeit 180 Nummer 12 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 654 Früherer Name DDSG 67277 Ladefähigkeit 669 Nummer 13 Schleppkahn Gegenwärtiger Name 689 Früherer Name DDSG 6566 Ladefähigkeit 657 Nummer 14 Schiffstype Schleppkahn Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 1058 Früherer Name DDSG 1058 Ladefähigkeit 950 Nummer 15 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 5016 Früherer Name DDSG 5016 Ladefähigkeit 520 Ladefähigkeit 520 Nummer 16 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 5713 Früherer Name DDSG 5713 Ladefähigkeit 576 Nummer 17 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 5728 Früherer Name DDSG 5728 Ladefähigkeit 602 Nummer 18 Schleppkahn Gegenwärtiger Name 6746 Früherer Name DDSG 6746 Ladefähigkeit 670 Nummer 19 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 65204 Früherer Name DDSG 65204 Ladefähigkeit 650 Nummer 20 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 67173 Früherer Name DDSG 67173 Ladefähigkeit 670 Nummer 21 Schleppkahn Schleppkahn Gegenwärtiger Name 10031 Früherer Name DDSG 10031 Ladefähigkeit 942 Nummer 22 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 5015 Früherer Name DDSG 5015 Ladefähigkeit 511 Nummer 23 Schiffstype Schleppkahn Schleppkahn Gegenwärtiger Name 6525 Früherer Name DDSG 6525 Ladefähigkeit 682 Nummer 24 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 67266 Früherer Name DDSG 67266 Ladefähigkeit 680 Nummer 25 Schiffstype Leichter Gegenwärtiger Name 304 Früherer Name Johanna Ladefähigkeit 30 Nummer 26 Schiffstype Leichter Gegenwärtiger Name 411 Früherer Name V238 Ladefähigkeit 40 Nummer 27 Schiffstype Rohrponton Gegenwärtiger Name RP4 Früherer Name RP4 Nummer 28 Schiffstype Rohrponton Gegenwärtiger Name RP6 Früherer Name DDSG RP6 Früherer Name DDSG RP6 Nummer 29 Schiffstype Rohrponton Gegenwärtiger Name RP20 Früherer Name DDSG RP20 Nummer 30 Schiffstype Landungsbrücke Gegenwärtiger Name RP7 Gegenwärtiger Name RP7 Früherer Name DDSG RP721 Nummer 31 Schiffstype Ponton Gegenwärtiger Name EP19 Früherer Name DDSG EP19 Nummer 32 Schiffstype Leichter ohne Deck Gegenwärtiger Name Trauner Gegenwärtiger Name Trauner Früherer Name Trauner Nummer 33 Schiffstype Schwimmkran Gegenwärtiger Name P1 Früherer Name Namenlos Nummer 34 Schiffstype Schwimmkran Gegenwärtiger Name P2 Früherer Name DDSG 21 Nummer 35 Schiffstype Ponton Gegenwärtiger Name PT7 Nummer 36 Schiffstype Ponton Gegenwärtiger Name PT8 Artikel 23 Österreichisches Vermögen in Deutschland und Verzicht Österreichs auf Forderungen gegenüber Deutschland § 1 Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages ist das in Deutschland befindliche Vermögen der österreichischen Regierung oder österreichischer Staatsangehöriger einschließlich von Vermögen, das nach dem 12. März 1938 gewaltsam aus dem österreichischen Staatsgebiet nach Deutschland verbracht worden ist, seinen Eigentümern wieder zurückzugeben. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf das Eigentum von Kriegsverbrechern oder Personen, die den Strafbestimmungen der Entnazifizierungsmaßnahmen unterliegen. Solches Vermögen wird der österreichischen Regierung zur Verfügung gestellt, sofern es nicht gemäß den in Deutschland nach dem 8. Mai 1945 in Kraft stehenden Gesetzen oder Verordnungen blockiert oder konfisziert wurde. § 2 Die Wiederherstellung österreichischer Vermögensrechte in Deutschland ist im Einklang mit Maßnahmen durchzuführen, die durch die Besatzungsmächte in Deutschland in ihren Besatzungszonen festgelegt werden. § 3 Unbeschadet dieser und aller anderen zugunsten Österreichs und österreichischer Staatsangehöriger getroffenen Verfügungen der Besatzungsmächte in Deutschland verzichtet Österreich unbeschadeter Gültigkeit bereits getroffener Regelungen im eigenen Namen und im Namen der österreichischen Staatsangehörigen auf alle am 8. Mai 1945 noch offenen Forderungen gegen Deutschland und deutsche Staatsangehörige, mit Ausnahme jener, die aus Verträgen und anderen Verpflichtungen stammen, die vor dem 13. März 1938 eingegangen wurden, sowie der vor dem 13. März 1938 erworbenen Rechte. Dieser Verzicht umfasst alle Forderungen hinsichtlich der während der Zeit der Annexion Österreichs durch Deutschland durchgeführten Transaktionen und alle Forderungen hinsichtlich der während dieses Zeitraumes erlittenen Verluste oder Schäden, insbesondere hinsichtlich der im Besitz der österreichischen Regierung oder österreichischer Staatsangehöriger befindlichen öffentlichen deutschen Schulden und der Zahlungsmittel, die zur Zeit der Geldkonversion eingezogen wurden. Solche Zahlungsmittel sind bei Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages zu vernichten. Artikel 24 Verzicht Österreichs auf Ansprüche gegen die Alliierten § 1 Österreich verzichtet im Namen der österreichischen Regierung oder österreichischer Staatsangehöriger auf alle Ansprüche irgendwelcher Art gegen die Alliierten und assoziierten Mächte, soweit sich solche Ansprüche unmittelbar aus dem Krieg in Europa nach dem 1. September 1939 oder aus Maßnahmen, die infolge des Kriegszustandes in Europa nach diesem Datum ergriffen wurden, ergeben, gleichgültig, ob sich die Alliierte oder Assoziierte Macht zu jenem Zeitpunkt mit Deutschland im Krieg befand oder nicht. Dieser Verzicht umfasst folgende Ansprüche. a Ansprüche für Verluste oder Schäden, die infolge von Handlungen der Streitkräfte oder Behörden alliierter oder assoziierter Mächte erlitten wurden. b Ansprüche, die sich aus der Anwesenheit, aus Operationen oder Handlungen von Streitkräften oder Behörden alliierter oder assoziierter Mächte auf österreichischem Staatsgebiet ergeben. c Ansprüche hinsichtlich der Entscheidungen oder Anordnungen von Prisengerichten der Alliierten oder assoziierten Mächte, wobei Österreich damit einverstanden ist, alle Entscheidungen und Anordnungen solcher Prisengerichte, die vom 1. September 1939 an ergangen sind und sich auf österreichischen Staatsbürgern gehörige Schiffe oder Güter oder auf die Bezahlung von Kosten beziehen, als gültig und bindend anzuerkennen. d Ansprüche, die sich aus der Ausübung oder vermeintlichen Ausübung von Rechten der Kriegsführenden ergeben. § 2 Die Bestimmungen dieses Artikels schließen vollständig und endgültig alle Ansprüche der hierin angeführten Natur aus, die von nun an erloschen sein sollen, welche Vertragsteile auch immer ein Interesse daran haben mögen. Die österreichische Regierung stimmt zu, eine billige Entschädigung in Schillingen den Personen zu leisten, die den Streitkräften der Alliierten oder assoziierten Mächte im österreichischen Staatsgebiet aufgrund von Requisition, Güter geliefert oder Dienste geleistet haben und ebenso eine Entschädigung zur Befriedigung von Ansprüchen aus Nichtkampfschäden gegen die Streitkräfte der Alliierten oder assoziierten Mächte, die auf österreichischem Staatsgebiet entstanden sind. § 3 Desgleichen verzichtet Österreich im Namen der österreichischen Regierung oder österreichischer Staatsangehöriger auf alle Ansprüche der in § 1 dieses Artikels bezeichneten Art gegen jede Vereinte Nation, deren diplomatische Beziehung mit Deutschland zwischen dem 1. September 1939 und dem 1. Jänner 1945 abgebrochen waren und die mit den Alliierten oder assoziierten Mächten aktiv zusammengearbeitet hat. § 4 Die österreichische Regierung wird für alliiertes Militärgeld im Nennwert von 5 Schilling und darunter, das in Österreich von alliierten Militärbehörden ausgegeben wurde, einschließlich jenes Geldes, das sich beim Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages im Umlauf befindet, die volle Einlösepflicht übernehmen. Von den alliierten Militärbehörden ausgegebenen Noten im Nennwert von mehr als 5 Schilling werden vernichtet und Ansprüche in diesem Zusammenhang können gegen keine der alliierten und assoziierten Mächte erhoben werden. § 5 Der Verzicht auf Ansprüche durch Österreich nach § 1 dieses Artikels umfasst alle Ansprüche, die sich aus Maßnahmen ergeben, die von irgendeiner alliierten oder assoziierten Macht hinsichtlich solcher Schiffe ergriffen wurden, die österreichischen Staatsangehörigen im Zeitraum zwischen dem 1. September 1939 und dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages gehörten und ebenso alle Ansprüche und Schulden, die sich aus jetzt in Kraft befindlichen Abkommen über Kriegsgefangene ergeben. Ende von Teil 4 Teil 5 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avaie im Februar 2011 Teil 5 Eigentum, Rechte und Interessen Artikel 25 Vermögen der Vereinten Nationen in Österreich § 1 Soweit Österreich dies nicht schon durchgeführt hat, wird es alle den Vereinten Nationen und ihren Staatsangehörigen gehörenden gesetzlichen Rechte und Interessen in Österreich wiederherstellen, wie sie an dem Tag bestanden, an dem die Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation begannen, und wird alles Vermögen der Vereinten Nationen und ihrer Staatsangehörigen in Österreich zurückgeben, wie es jetzt vorhanden ist. § 2 Die österreichische Regierung verpflichtet sich, alle unter diesen Artikel fallenden Vermögenschaften, Rechte und Interessen frei von allen Belastungen und Kosten jeder Art wiederherzustellen, denen sie als Folge des Krieges mit Deutschland unterworfen sein mögen und ohne Auferlegung irgendwelcher Kosten durch die österreichische Regierung aus Anlass ihrer Rückgabe. Die österreichische Regierung wird alle Maßnahmen der Beschlagnahme, Sequestrierung oder Kontrolle für nichtig erklären, die gegen Vermögen von Vereinten Nationen in Österreich in der Zeit zwischen dem Tag des Beginns der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation und dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages ergriffen wurden. In Fällen, in denen das Eigentum nicht innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages zurückgegeben worden ist, ist die Anmeldung zwecks Rückgabe des Eigentums bei den österreichischen Behörden spätestens innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des Vertrages vorzunehmen, ausgenommen in Fällen, in denen der Anspruchstellende beweisen kann, dass er innerhalb dieser Zeit seine Anmeldung nicht vornehmen konnte. § 3 Die österreichische Regierung wird Übertragungen in Bezug auf Staatsangehörigen der Vereinten Nationen gehörende Vermögenschaften, Rechte und Interessen jeder Art für ungültig erklären, soferne solche Übertragungen durch von Regierungen der Achsenmächte oder deren Dienststellen in der Zeit zwischen dem Beginn der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation und dem 8. Mai 1945 ausgeübten Zwang zustande gekommen sind. § 4 Abschnitt a In Fällen, in denen die österreichische Regierung eine Entschädigung für Verluste leistet, die aufgrund einer während der deutschen Besetzung Österreichs oder während des Krieges erlittenen Verletzung oder einer Schädigung an Vermögen in Österreich entstanden sind, soll den Staatsangehörigen der Vereinten Nationen keine weniger vorteilhafte Behandlung eingeräumt werden, als österreichischen Staatsangehörigen gewährt wird. Und in solchen Fällen sollen Staatsangehörige der Vereinten Nationen, die unmittelbar oder mittelbar Eigentumsinteressen an Gesellschaften oder Vereinigungen besitzen, die nicht Staatsangehörige der Vereinten Nationen im Sinne des § 8a dieses Artikels sind, eine Entschädigung erhalten, die unter Zugrundelegung des gesamten Verlustes oder Schadens, den diese Gesellschaften oder Vereinigungen erlitten haben, berechnet ist und in jenem Verhältnis zu diesem Verlust oder Schaden steht, dass der kapitalsmäßigen Beteiligung eines solchen Staatsangehörigen an der Gesellschaft oder Vereinigung entspricht. Abschnitt b Die österreichische Regierung wird den Vereinten Nationen und deren Staatsangehörigen in der Zuteilung von Material für die Reparatur oder den Wiederaufbau ihres Eigentums in Österreich und in der Zuteilung von Devisen für die Einfuhr von solchem Material die gleiche Behandlung wie den österreichischen Staatsangehörigen gewähren. § 5 Alle angemessenen Ausgaben, die in Österreich im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Ansprüchen einschließlich der Kosten für die Festsetzung des Verlustes oder Schadens erwachsen, werden von der österreichischen Regierung getragen. § 6 Staatsangehörige der Vereinten Nationen und deren Vermögen sind von allen außerordentlichen Steuern, Abgaben und Auflagen befreit, mit denen ihre Kapitalswerte in Österreich durch die österreichische Regierung oder irgendeine österreichische Behörde zwischen dem Zeitpunkt der Übergabe der deutschen Streitkräfte und dem Inkrafttreten dieses Vertrages zu den besonderen Zwecke belastet worden sind, Ausgaben, die sich aus dem Kriege ergeben oder die Kosten der Besatzungstruppen damit zu decken. Beträge, die aus diesem Titel bezahlt wurden, sind zurück zu erstatten. § 7 Anstelle der Bestimmungen dieses Artikels können der Eigentümer des betreffenden Vermögens und die österreichische Regierung eine Vereinbarung treffen. § 8 Die in diesem Artikel gebrauchten Ausdrücke Abschnitt a Staatsangehörige der Vereinten Nationen Bedeuten physische Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages Staatsangehörige irgendeiner der Vereinten Nationen sind oder Gesellschaften oder Vereinigungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages gemäß dem Recht irgendeiner der Vereinten Nationen errichtet worden sind. Vorausgesetzt, dass diese physischen Personen, Gesellschaften oder Vereinigungen diesen Status auch am 8. Mai 1945 besessen haben. Der Ausdruck Staatsangehörige der Vereinten Nationen schließt auch alle physischen Personen, Gesellschaften und Vereinigungen ein, die gemäß den während des Krieges in Österreich geltenden Gesetzen als Feinde behandelt worden sind. Abschnitt b Eigentümer bedeutet eine der Vereinten Nationen oder einen Staatsangehörigen einer der Vereinten Nationen im Sinne der Definition des oben angeführten Absatzes a, der einen Rechtsanspruch auf das in Frage stehende Vermögen hat und umfasst auch den Rechtsnachfolger des Eigentümers. Vorausgesetzt, dass der Rechtsnachfolger gleichfalls eine Vereinte Nation oder ein Staatsangehöriger einer Vereinten Nation im Sinne der Definition des Absatzes a ist. Wenn der Rechtsnachfolger das Vermögen in einem beschädigten Zustand erworben hat, behält der Übertragende seine Rechte auf Entschädigung gemäß diesem Artikel. Verpflichtungen nach Landesrecht zwischen dem Übertragenden und dem Erwerber werden hierdurch nicht berührt. Abschnitt c Vermögen bedeutet alles bewegliche oder unbewegliche, materielle oder immaterielle Vermögen, einschließlich gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums sowie alle Eigentumsrechte und Interessen jeder Art. § 9 Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Übertragung von Vermögen, Rechten oder Interessen von Vereinten Nationen oder von Staatsangehörigen Vereinten Nationen in Österreich, die in Übereinstimmung mit Gesetzen und Verordnungen erfolgte, die als österreichisches Recht am 28. Juni 1946 in Kraft waren. § 10 Die österreichische Regierung anerkennt, dass das Abkommen von Brioni vom 10. August 1942 null und nichtig ist. Sie verpflichtet sich, mit den anderen Signataren des Abkommens von Rom vom 21. März 1923 an Verhandlungen teilzunehmen, die den Zweck verfolgen, in die Bestimmungen des Abkommens die nötigen Modifikationen einzufügen, um eine billige Regelung der darin vorgesehenen Annuitäten sicherzustellen. Artikel 26 Vermögenschaften, Rechte und Interessen von Minderheitsgruppen in Österreich § 1 Soweit solche Maßnahmen noch nicht getroffen worden sind, verpflichtet sich Österreich in allen Fällen, in denen Vermögenschaften, gesetzliche Rechte oder Interessen in Österreich seit dem 13. März 1938 wegen der rassischen Abstammung oder der Religion des Eigentümers Gegenstand gewaltsamer Übertragung oder von Maßnahmen der Sequestrierung, Konfiskation oder Kontrolle gewesen sind, das angeführte Vermögen zurückzugeben und diese gesetzlichen Rechte und Interessen mit allem Zubehör wiederherzustellen. Wo eine Rückgabe oder Wiederherstellung nicht möglich ist, wird für aufgrund solcher Maßnahmen erlittene Verluste eine Entschädigung in einem Ausmaß gewährt, wie sie bei Kriegsschäden den österreichischen Staatsangehörigen jetzt oder späterhin generell gegeben wird. § 2 Österreich stimmt zu, alle Vermögenschaften, gesetzlichen Rechte und Interessen in Österreich, die Personen, Organisationen oder Gemeinschaften gehören, die einzelnen oder als Mitglieder von Gruppen, rassischen, religiösen oder anderen Nazi-Verfolgungsmaßnahmen unterworfen worden sind, unter seine Kontrolle zu nehmen, wenn, falls es sich um Personen handelt, diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen ohne Erben bleiben oder durch 6 Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages nicht beansprucht werden oder wenn, falls es sich um Organisationen und Gemeinschaften handelt, diese Organisationen und Gemeinschaften aufgehört haben zu bestehen. Österreich soll diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen geeigneten von den vier Missionschefs in Wien im Wege von Vereinbarungen mit der österreichischen Regierung zu bestimmenden Dienststellen oder Organisationen übertragen, damit sie für Hilfe und Unterstützung von Opfern der Verfolgung durch die Achsenmächte und für Wiedergutmachung an solche verwendet werden. Diese Bestimmungen sind dahin zu verstehen, dass sie von Österreich keine Zahlungen in fremder Währung oder andere Überweisung an fremde Länder erfordern, die eine Belastung der österreichischen Wirtschaft darstellen würden. Diese Übertragung wird innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages durchgeführt werden und Vermögenschaften, Rechte und Interessen, deren Wiederherstellung in § 1 dieses Artikels verlangt wird, einschließen. Artikel 27 Österreichisches Vermögen im Gebiet der Alliierten und Assoziierten Mächte § 1 Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären ihre Absicht, österreichische Vermögenschaften, Rechte und Interessen, so wie sie sich derzeit in ihren Gebieten vorfinden, zurückzustellen oder, soweit solche Vermögenschaften, Rechte und Interessen einer Liquidierungs-, Verwendungs- oder sonstigen Verwertungsmaßnahme unterzogen worden sind, den Erlös, der sich aus der Liquidierung, Verwendung oder Verwertung solcher Vermögenschaften, Rechte und Interessen ergeben hat, abzüglich der aufgelaufenen Gebühren, Verwaltungsausgaben, Gläubigerforderungen und anderen ähnlichen Lasten auszufolgen. Die Alliierten und Assoziierten Mächte sind bereit, zu diesem Behufe Vereinbarungen mit der österreichischen Regierung abzuschließen. § 2 Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen wird der föderativen Volksrepublik Jugoslawien das Recht eingeräumt, österreichische Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages auf jugoslawischem Gebiet befinden, zu beschlagnahmen, zurückzubehalten oder zu liquidieren. Die österreichische Regierung verpflichtet sich, österreichische Staatsangehörige, deren Vermögen aufgrund dieses Paragrafen herangezogen wird, zu entschädigen. Artikel 28 Schulden § 1 Die Alliierten und Assoziierten Mächte anerkennen, dass Zinsenzahlungen und ähnliche Auflagen die österreichische Staatspapiere belasten und nach dem 12. März 1938 und vor dem 8. Mai 1945 fällig wurden, einen Anspruch gegen Deutschland und nicht gegen Österreich darstellen. § 2 Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären ihre Absicht, von den Bestimmungen von Anleiheabkommen, die von der österreichischen Regierung vor dem 13. März 1938 abgeschlossen wurden, keinen Gebrauch zu machen. Insoweit diese Bestimmungen den Gläubigern ein Kontrollrecht über die österreichischen Staatsfinanzen einräumen. § 3 Das Bestehen des Kriegszustandes zwischen den Alliierten und Assoziierten Mächten und Deutschland berührt an sich nicht die Verpflichtung zur Bezahlung von Geldschulden, die entweder aus vorbestehendes Kriegszustandes stammenden Verpflichtungen und Verträgen herrühren oder aus Rechten hervorgehen, die vorbestehendes Kriegszustandes erworben wurden, soweit diese Schulden vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages fällig geworden sind und die der Regierung oder den Staatsangehörigen einer der Alliierten und Assoziierten Mächte gegen die Regierung oder Staatsangehörige Österreichs zustehen oder die der Regierung oder Staatsangehörigen Österreichs gegen die Regierung oder Staatsangehörige einer der Alliierten und Assoziierten Mächte zustehen. § 4 Soweit nicht in dem vorliegenden Vertrag ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, ist darin nichts dahin auszulegen, dass dadurch das Schuldner-Gläubiger-Verhältnis beeinträchtigt wird, das sich aus Verträgen ergibt, die zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem 1. September 1939 entweder von der österreichischen Regierung oder von Personen, die am 12. März 1938 österreichische Staatsangehörige waren, abgeschlossen worden sind. Ende von Teil 5 Teil 6 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Hawaii im Februar 2011. Teil 6 Allgemeine Wirtschaftsbeziehungen Artikel 29 § 1 Bis zum Abschluss von Handelsverträgen oder Abkommen zwischen Einzelnen der Vereinten Nationen und Österreich gewährt die österreichische Regierung während eines Zeitraumes von 18 Monaten vom Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages jeder der Vereinten Nationen, die Österreich tatsächlich in reziproker Weise eine gleichartige Behandlung in analogen Angelegenheiten einräumt, folgende Behandlung. a In allem, was Abgaben und Lasten auf die Ein- oder Ausfuhr, die innerstaatliche Besteuerung eingeführter Waren und sämtliche einschlägigen Regelungen betrifft, wird den Vereinten Nationen die bedingungslose Meistbegünstigung gewährt. b In jeder anderen Hinsicht wird Österreich Güter, die aus dem Gebiet einer der Vereinten Nationen stammen oder für deren Gebiet bestimmt sind, im Verhältnis zu den gleichen Gütern, die aus dem Gebiet einer anderen der Vereinten Nationen oder irgendeinem anderen fremden Lande stammen und dorthin bestimmt sind, nicht willkürlich diskriminierend behandeln. c Staatsangehörigen der Vereinten Nationen einschließlich juristischen Personen wird in allen Angelegenheiten die Handel, Industrie, Schifffahrt und andere Formen der Geschäftstätigkeit innerhalb Österreichs betreffen, die gleiche Behandlung wie den Inländern und der meistbegünstigten Nation gewährt. Diese Bestimmungen finden auf der Handelsluftfahrt keine Anwendung. d Österreich gewährt keinem Land für den Betrieb von Handelsflugzeugen im internationalen Verkehr ausschließlich oder präferentielle Rechte. Es bietet allen Vereinten Nationen gleiche Möglichkeiten, internationale Handelsluftfahrtrechte auf österreichischem Staatsgebiet zu erwerben, einschließlich des Rechtes der Landung zur Brennstoffaufnahme und Reparatur. Und gewährt hinsichtlich des Betriebes von Handelsflugzeugen im internationalen Verkehr allen Vereinten Nationen auf Grundlage der Gegenseitigkeit und nicht diskriminierender Behandlung das Recht, über österreichisches Gebiet zu fliegen, ohne zu landen. Diese Bestimmungen dürfen die Interessen der österreichischen Landesverteidigung nicht beeinträchtigen. § 2 Es besteht Einverständnis darüber, dass die obigen Verpflichtungen Österreichs den Ausnahmen unterworfen sind, die üblicherweise in den vor dem 13. März 1938 von Österreich abgeschlossenen Handelsverträgen enthalten waren. Die Bestimmungen bezüglich der von jeder der Vereinten Nationen gewährten Gegenseitigkeit sind gleichfalls mit jenen Ausnahmen zu verstehen, die üblicherweise in den von diesem Staat geschlossenen Handelsverträgen enthalten sind. Ende von Teil 6 Teil 7 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avaie im Februar 2011. Teil 7 Regelung von Streitfällen Artikel 30 § 1 Alle Streitfälle, die bei Ausführung des Artikels über das Eigentum der Vereinten Nationen in Österreich dieses Vertrages entstehen könnten, werden einer auf paritätischer Grundlage gebildeten Vergleichskommission, die aus einem Vertreter der Regierung der in Betracht kommenden Vereinten Nationen und einem Vertreter der österreichischen Regierung besteht, überwiesen werden. Wenn innerhalb von drei Monaten, nachdem der Streitfall der Vergleichskommission überwiesen wurde, keine Einigung erzielt worden ist, kann jede der Regierungen die Zuziehung eines dritten Mitgliedes zur Kommission beantragen, das von den beiden Regierungen einvernehmlich aus den Angehörigen eines dritten Landes ausgewählt wird. Sollten die beiden Regierungen innerhalb von zwei Monaten zu keinem Einverständnis über die Wahl eines dritten Mitgliedes der Kommission gelangen, kann jede der beiden Regierungen die Chefs der diplomatischen Missionen der Sowjetunion, des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs in Wien ersuchen, die Bestellung vorzunehmen. Wenn sich die Missionschefs innerhalb eines Zeitraumes von einem Monat nicht über die Bestellung dieses dritten Mitgliedes einigen können, kann der Generalsekretär der Vereinten Nationen von jeder der beiden Parteien ersucht werden, die Bestellung vorzunehmen. § 2 Wenn eine Vergleichskommission nach § 1 dieses Artikels bestellt ist, hat sie die Jurisdiktion über alle Streitfälle, die in Hinkunft zwischen deren Betracht kommenden Vereinten Nationen und Österreich bezüglich der Anwendung oder der Auslegung des in § 1 dieses Artikels genannten Artikels entstehen können und übt die ihr durch diese Bestimmungen zugewiesenen Funktionen aus. § 3 Jede Vergleichskommission bestimmt ihr Verfahren selbst, wobei eine der Gerechtigkeit und der Billigkeit entsprechende Geschäftsordnung anzunehmen ist. § 4 Jede Regierung bezahlt das Honorar des von ihr bestellten Mitgliedes der Vergleichskommission und jedes Bevollmächtigten, den sie zu ihrer Vertretung vor der Kommission bestimmt. Das Honorar des dritten Mitgliedes wird durch besondere Vereinbarung zwischen den in Betracht kommenden Regierungen festgesetzt und zusammen mit den gemeinsamen Auslagen jeder Kommission zu gleichen Teilen durch die beiden Regierungen bezahlt. § 5 Die Parteien verpflichten sich, dass ihre Behörden der Vergleichskommission direkt jeden in ihrer Macht stehenden Beistand leisten werden. § 6 Die Entscheidung der Mehrzahl der Mitglieder der Kommission stellt die Entscheidung der Kommission dar und ist von den Parteien als endgültig und bindend anzunehmen. Ende von Teil 7 Teil 8 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Hawaii im Februar 2011. Teil 8 Verschiedene wirtschaftliche Bestimmungen Artikel 31 Bestimmungen betreffend die Donau Die Schifffahrt auf der Donau ist für die Angehörigen, die Handelsschiffe und die Waren aller Staaten auf Grundlage der Gleichstellung bezüglich der Hafen- und Schifffahrtsgebühren unter Bedingungen für die Handelsschifffahrt frei und offen. Vorstehendes findet keine Anwendung auf den Verkehr zwischen Häfen des selben Staates. Artikel 32 Transiterleichterungen § 1 Österreich wird so weit wie möglich den Eisenbahntransitverkehr durch sein Staatsgebiet zu angemessenen Tarifen erleichtern und ist bereit, mit den Nachbarstaaten zu diesem Zwecke notwendige Gegenseitigkeitsabkommen abzuschließen. § 2 Die alliierten und assoziierten Mächte verpflichten sich, die Aufnahme von Bestimmungen zwecks Erleichterung des Transits und der Verbindungen ohne Zölle und sonstige Lasten zwischen Salzburg und Lofer, Salzburg über den reichen Hallsteinpass und zwischen Scharnitz, Tirol und Erwald, Tirol über Garmisch-Partenkirchen in die Regelung hinsichtlich Deutschlands zu unterstützen. Artikel 33 Artikel 33 Teil 9 Schlussbestimmungen Artikel 34 Missionschefs § 1 Für einen Zeitraum, der 18 Monate vom Inkrafttreten dieses Vertrages angerechnet nicht zu überschreiten hat, werden die Chefs der diplomatischen Missionen der Sowjetunion, des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs, in Wien im einvernehmlichen Vorgehen die alliierten und assoziierten Mächte in allen die Durchführung und Auslegung des vorliegenden Vertrages betreffenden Fragen der österreichischen Regierung gegenüber vertreten. § 2 Die vier Missionschefs werden der österreichischen Regierung Anleitung, technischen Rat und Aufklärung geben, die etwa erforderlich sein sollten, um die rasche und wirksame Durchführung des vorliegenden Vertrages sowohl dem Wortlaut als dem Sinne nach zu gewährleisten. § 3 Die österreichische Regierung wird den genannten vier Missionschefs jede notwendige Information erteilen und jeden Beistand leisten, den sie zur Erfüllung der ihnen aus diesem Vertrage erwachsenen Aufgaben benötigen sollten. Artikel 35 Auslegung des Vertrages § 1 Soweit kein anderes Verfahren in irgendeinem Artikel des vorliegenden Vertrages besonders vorgesehen ist, wird jede Meinungsverschiedenheit über die Auslegung oder die Durchführung des Vertrages, die nicht durch unmittelbare diplomatische Verhandlungen beigelegt wird, den vier Missionschefs überwiesen, die gemäß Artikel 34 vorgehen, jedoch mit der Maßgabe, dass die Missionschefs in diesem Fall nicht durch die in diesem Artikel vorgesehene Frist beschränkt sind. Jede Meinungsverschiedenheit dieser Art, die von ihnen nicht innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten beigelegt worden ist, wird, falls sich die streitenden Parteien nicht über andere Mittel der Beilegung einigen, auf Ersuchen einer der beiden Parteien einer Kommission überwiesen, die aus einem Vertreter jeder Partei und einem dritten Mitglied besteht, das von den beiden Parteien einvernehmlich aus Angehörigen eines dritten Staates ausgewählt wird. Artikel 36 Geltung der Annexe Die Bestimmungen der Annexe haben als integrierende Bestandteile dieses Vertrages Geltung und Wirksamkeit. Artikel 37 Beitritt zum Vertrage § 1 Artikel 38 Artikel 38 Artikel 38 § 2 Der Vertrag soll bezüglich jeder alliierten oder assoziierten Macht, deren Ratifikationsurkunde hin nach hinterlegt wird, am Tag der Hinterlegung in Kraft treten. Der vorliegende Vertrag soll in den Archiven der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik hinterlegt werden, die jedem der Signatarstaaten und beitretenden Staaten beglaubigte Abschriften übermitteln wird. Zur Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten den vorliegenden Vertrag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. Geschehen in der Stadt Wien in russischer, englischer, französischer und deutscher Sprache am 15. Mai 1955. Ende von Teil 9 Annex 1 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Awei im Februar 2011. Annex 1 Definition und Liste von Kriegsmaterial Der Ausdruck Kriegsmaterial, wie er im vorliegenden Vertrag gebraucht wird, umfasst alle Waffen, Munition und Ausrüstungsgegenstände, die für den Gebrauch im Kriege speziell entworfen oder adaptiert wurden, soweit sie nachstehend aufgezählt sind. Die alliierten und assoziierten Mächte behalten sich das Recht vor, die Liste periodisch durch Änderung oder Hinzufügung im Hinblick auf die künftige wissenschaftliche Entwicklung zu ergänzen. Kategorie 1 Paragraf 1 Militärgewehre, Karabiner, Revolver und Pistolen Läufe für diese Waffen und andere Ersatzteile, die nicht ohne weiteres für zivilen Gebrauch umgeändert werden können. Paragraf 2 Maschinengewehre, automatische und selbstladende Militärgewehre und Maschinenpistolen Läufe für diese Waffen und andere Ersatzteile, die nicht ohne weiteres für zivilen Gebrauch umgeändert werden können. Maschinengewehrgestelle Paragraf 3 Kanonen, Haubitzen, Mörser, Minenwerfer, Spezialkanonen für Flugzeuge, Verschlusslose oder rückstoßfreie Geschütze und Flammenwerfer. Läufe für diese Waffen und Ersatzteile, die nicht ohne weiteres für zivilen Gebrauch umgeändert werden können. Lafetten und Gestelle für die vorgenannten. Paragraf 4 Abschussvorrichtungen für Raketen Abschuss und Kontrollmechanismen für selbstgetriebene und gelenkte Geschosse und Projektile Montierungen für diese Paragraf 5 Selbstgetriebene und gelenkte Geschosse Projektile, Raketen, scharfe Munition und Kartuschen sei es gefüllt oder ungefüllt für die Waffen, die in den oben angeführten Punkten 1 bis 4 aufgezählt sind und Zündverrichtungen, Zündladungen oder Auslöser, um dieselben zur Explosion zu bringen oder zu betätigen. Zündverrichtungen für zivile Zwecke sind nicht eingeschlossen. Paragraf 6 Granaten, Bomben, Torpedos, Minen, Wasserbomben und Brandsätze und Ladungen, sei es gefüllt oder ungefüllt, alle Mittel, um sie zur Explosion zu bringen oder zu betätigen. Zündverrichtungen für zivilen Gebrauch sind nicht eingeschlossen. Paragraf 7 Bayonette Kategorie 2 Paragraf 1 Gepanzerte Kampfwagen, Panzerzüge, die technisch nicht für zivilen Gebrauch umzuändern sind. Paragraf 2 Mechanische und selbstgetriebene Fahrzeuge für alle in Kategorie 1 angeführten Waffen, Chassis und Karosserien speziell militärischen Typs, außer den in Punkt 1 angeführten. Paragraf 3 Panzerplatten mit mehr als 3 Zoll Dicke, die für Schutzzwecke im Kriege verwendet werden. Kategorie 3 Paragraf 1 Ziel- und Einstellungsvorrichtungen zur Vorbereitung und Kontrolle des Feuers, einschließlich Zielmessgeräte und Flächenmessgeräte für Feuerkontrolle. Feuerlenkungsgeräte, Kanonen- und Bombenzielvorrichtungen, Einstellungsvorrichtungen für Zündladungen, Ausrüstungen für die Kalibrierung von Geschützen und Feuerkontrollinstrumente. Paragraf 2 Sturmbrücken, Angriffs- und Sturmbote Paragraf 3 Objekte für Täuschung im Felde, Blend- und Lokvorrichtungen. Paragraf 4 Persönliche Kriegsausrüstung spezialisierter Natur, die nicht ohne weiteres für zivilen Gebrauch zu adaptieren ist. Kriegsschiffe aller Art, einschließlich umgebaute Schiffe und Fahrzeuge, die für deren Unterstützung und Versorgung konstruiert und bestimmt sind, die technisch nicht wieder für zivilen Gebrauch abgeändert werden können, als auch Waffen, Panzerung, Munition, Flugzeuge und alle andere Ausrüstung, Material, Maschinen und Vorrichtungen, die in Friedenszeiten nicht auf anderen Schiffen als auf Kriegsschiffen verwendet werden. Paragraf 2 Landungsboote und amphibische Fahrzeuge oder Ausrüstung jeder Art, Sturmbote oder Vorrichtungen aller Art, sowie Katapulte oder andere Apparate zum Starten oder Abschleudern von Flugzeugen, Raketen, angetriebene Waffen oder andere Geschosse, Instrumente oder Vorrichtungen, sei es bemannt oder unbemannt, sei es gesteuert oder ungesteuert. Paragraf 3 Tauchfähige oder halbtauchfähige Schiffe, Fahrzeuge, Waffen, Vorrichtungen oder Apparate jeder Art, einschließlich speziell entworfene Ausleger zur Hafenverteidigung, ausgenommen solche, die für Bergung, Rettung oder andere zivile Zwecke benötigt werden. Ferner alle Ausrüstung, Zubehör, Ersatzteile, Experimentelle oder Ausbildungshilfen, Instrumente oder Vorrichtungen, die besonders für ihre Konstruktion, Erprobung, Unterhaltung oder Unterbringung derselben entworfen wurden. Kategorie 5 Paragraf 1 Zusammengestellte oder nicht zusammengestellte Luftfahrzeuge, schwerer oder leichter als Luft, die für den Luftkampf durch den Gebrauch von Maschinengewehren, Raketenvorrichtungen oder Geschützen oder für Mitführen und Abwurf von Bomben entworfen oder adaptiert sind. Ferner solche, die für Geräte der in Absatz 2 angeführten Art eingerichtet oder nach ihrem Entwurf oder ihrer Konstruktion dafür bestimmt sind. Paragraf 2 Bordgeschützstände und Montierungen Bombenhälter, Torpedoträger und Auslösevorrichtungen für Bomben oder Torpedos, Geschütztürme und Deckungen Paragraf 3 Speziell für Luftlandetruppen bestimmte und nur von ihnen benützte Ausrüstung Paragraf 4 Katapulte und Abschussapparate für Flugzeuge auf Mutterschiffen, Land- und Seeflugzeuge, Apparate für den Abschuss von fliegenden Geschossen Paragraf 5 Sperrballons Kategorie 6 Erstickende, Blasenerzeugende, Tödliche, Giftige oder Lähmende Stoffe, die für Kriegszwecke bestimmt und über die zivilen Bedürfnisse hinaus hergestellt werden. Kategorie 7 Antriebsstoffe, Explosivstoffe, pyrotechnische Stoffe oder verflüssigte Gase, die für Antrieb, Explosion, Laden oder Füllen von oder für den Gebrauch in Verbindung mit Kriegsmaterial im Sinn dieser Kategorien bestimmt und für zivile Zwecke nicht verwendbar sind oder über die Zivilbedürfnisse hinaus hergestellt werden. Kategorie 8 Fabrik- und Werkzeugausrüstungen, die speziell für die Herstellung und Instandhaltung des oben angeführten Materials bestimmt sind und technisch nicht für zivilen Gebrauch umgewandelt werden können. Ende von Annex 1 Annex 2 Annex 2 Des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Hawaii im Februar 2011. Annex 2 In Anbetracht der zwischen der Sowjetunion und Österreich getroffenen und in dem in Moskau am 15. April 1955 unterzeichneten Memorandum niedergelegten Vereinbarungen gilt Artikel 22 dieses Vertrages nach Maßgabe folgender Bestimmungen. § 1 Aufgrund der einschlägigen wirtschaftlichen Bestimmungen der Vereinbarungen zwischen der Sowjetunion und Österreich vom 15. April 1955 überträgt die Sowjetunion an Österreich innerhalb von zwei Monaten vom Tage des Inkrafttretens dieses Vertrages alle Vermögenswerte, Rechte und Interessen, die sie gemäß Artikel 22 behalten oder erhalten hat, ausgenommen die Vermögenswerte der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, DDSG, in Ungarn, Rumänien und Bulgarien. § 2 Es besteht Übereinstimmung, dass die Rechte Österreichs hinsichtlich aller Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die an Österreich gemäß diesem Annex übertragen werden, nur in der im § 13 des Artikels 22 dargelegten Weise beschränkt werden. Ende von Annex 2 Anhang zum Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Hawaii im Februar 2011. Anhang, beinhaltend die wirtschaftlichen Bestimmungen der im Annex 2 zitierten Vereinbarungen zwischen der Sowjetunion und Österreich vom 15. April 1955. Über die Lieferung von Waren an die UdSSR zur Ablösung des Wertes der gemäß dem österreichischen Staatsvertrag Artikel 22 übergebenen sowjetischen Unternehmen in Österreich. § 1 Die Sowjetregierung ist im Sinne ihrer auf der Konferenz in Berlin 1954 gemachten Zusage bereit, den Gegenwert der in Artikel 22 angeführten Pauschalsumme von 150 Millionen Dollar zur Gänze in österreichischen Warenlieferungen entgegenzunehmen. § 2 Die sowjetische Delegation nimmt die Erklärung der österreichischen Delegation zur Kenntnis, dass diese die Liste der Waren, welche sie von der sowjetischen Delegation erhalten hat, als Grundlage annimmt und in diesem Zusammenhang besondere Bevollmächtigte der österreichischen Regierung nicht später als bis Ende Mai dieses Jahres sich nach Moskau begeben werden. § 3 Die sowjetische Delegation nimmt auch die Erklärung der österreichischen Delegation zur Kenntnis, dass die österreichische Regierung eine besondere Kommission bilden wird, welche sich mit den Terminen und der Qualität der Lieferung der Waren an die Sowjetunion befassen wird, und zwar in den vereinbarten Mengen für die allgemeine Summe von 150 Millionen amerikanischen Dollar, das heißt 25 Millionen amerikanischen Dollar jährlich. § 4 Die österreichische Delegation hat sich bereit erklärt, den Vertretern des sowjetischen Bestellers die Möglichkeit zu gewährleisten, bei Übernahme der Waren, die zur Lieferung an die Sowjetunion auf Rechnung der obigen Summe bestimmt sind, Prüfungen durchzuführen. Es besteht Einverständnis darüber, dass die Lieferung der Waren franco-österreichische Grenze zu Weltmarktpreisen erfolgen soll. Die Preise und die Menge der Waren werden durch die beiden Parteien jährlich, drei Monate vor Beginn eines jeden Jahres, abgesprochen werden. Die österreichische Nationalbank wird Garantiewechsel zur Sicherstellung der obigen Warenlieferung auf die im Staatsvertragsentwurf erwähnte Summe von 150 Millionen amerikanischen Dollar ausfolgen. Die Wechsel der österreichischen Nationalbank werden nach Maßgabe der Tilgung der Wechselsumme durch Warenlieferungen zurückgegeben werden. Zur Übergabe der von der UdSSR in Österreich innegehabten Ölunternehmungen an Österreich. Die sowjetische Delegation nimmt den Vorschlag der österreichischen Delegation an, wonach die österreichische Regierung für die an Österreich übergebenen und von der UdSSR innegehabten Ölfelder und Ölraffinerien eine Bezahlung durch Lieferung von Rohöl im Ausmaß von einer Million Tonnen jährlich innerhalb von zehn Jahren, also von insgesamt zehn Millionen Tonnen, an die Sowjetunion leisten wird. Die sowjetische Delegation nimmt die Erklärung der österreichischen Delegation zur Kenntnis, dass die österreichische Regierung sich das Recht vorbehält, die Lieferungen der angeführten Menge von Rohöl an die Sowjetunion auch in kürzeren Fristen durchzuführen. Das Rohöl wird zu folgenden Bedingungen geliefert werden. Franco-österreichische Grenze, frei von Abgaben und Zöllen. § 2. Die österreichische Delegation hat die Erklärung der sowjetischen Delegation zur Kenntnis genommen, dass zu den von der Sowjetunion an Österreich übergebenen Ölunternehmen und Ölfeldern auch die Raffinerien und die Aktiengesellschaft für Handel mit Ölprodukten zur Übergabe der Vermögenswerte der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft im östlichen Österreich an Österreich. Die sowjetische Seite übergibt an Österreich alle Vermögenswerte der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, die sich im östlichen Österreich befinden, einschließlich der Schiffswerft in Korneuburg, der Schiffe und Hafenanlagen, wofür die österreichische Regierung gleichzeitig mit der Übergabe dieser Vermögenswerte an Österreich den Betrag von 2 Millionen amerikanischen Dollar an die Sowjetunion auszahlen wird. Ende des Anhangs Ende des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich.